Herzlich Willkommen zur vierten Folge Titanfall. Wir spielen Titanfall und dabei ist der Zensitek. Ja und ich sage auch nochmal schön Hallo an alle Leute. Herzlich Willkommen zurück zu Titanfall. Wir spielen Titanfall und wir sind jetzt auch zu dritt unterwegs. Der BlackKing15. Warum nimmt man den mit? Ich weiß nicht. Ist jetzt auch dabei. Er hat das Spiel das Runde geladen und das Strikeout FX. Er redet aber nicht. Er ist eher so der Fuhige. Daher nicht wundern. Ihr werdet weiterhin nur den Vale und mich hören. Und wir spielen heute Last Titan Standing. Last Titan Standing. Jeder beginnt in einem Titan. Eliminiere alle Titans des feindlichen Teams um zu gewinnen. Aber Achtung es gibt keine Respawns. So siehts aus. Das heißt wir werden am Anfang verrecken und müssen dann zugucken. Ja. Wir denken mal, dass das ganze recht schnell vorbei gehen wird. Deswegen denken wir mal, dass wir drei Folgen aufnehmen. Ich muss husten. Hust, hust. Wird verbunden. Der Zensitek ist noch nicht drin. Wird verbunden. Ich seh es kommen. Mein Game ist wieder abgeschmiert. Ich seh es kommen. Ah nein, ich bin drin. Ah. Schön. Naja, ich hoffe jetzt kriegen wir auch gleich starke Gegner. Jetzt wäre jetzt irgendwas mit 30, 20 und was weiß ich was da drinnen haben. Gegnerisches Team wird gesucht. Null Ergebnisse. Ja. Ja. Ja und, wie war euer Tag so? Ja. Ich sag mal nichts. Hey Bale, spielst du eigentlich gern Tennis? Ich nicht. Ja, das mit Smalltalk muss ich noch üben. Ja, der Zensitek lernt noch, wie man sich Freunde macht. Ja. Immerhin bin ich fürsorglich. Ja. Bin sogar so fürsorglich, ich koche den fremden Mann in meinem Schrank was zu essen. Mhm. Leider mit dir jetzt schon hier ab? Ollisee, da haben wir doch unsere erste Runde gespielt, oder? Als wir dieses, dieses, äh, hier, wie hieß das nochmal, als totgeweiht war's. Haben wir da nicht da gespielt? Auf dieser Map? Achso, ja, ja. Das war nicht die erste Runde. Die erste Runde war es eins gegen eins. Ja, die erste im Multiplayer. Ja, das war auf jeden Fall das mit totgeweiht, ja. Ja. So, welchen Titan nehm ich dann? Na, kann man nicht. Kamelsakar oder Schinkensperma? Ach ja, äh, ich, das ist ja sowieso egal, weil wir Titan sind. Genau. Äh, sollen wir uns dann schön irgendwo für Campen zu zweit? Würde ich sagen. Lauf mal irgendwo. Damit, wenn einer kommt, kriegt der schön auch die Fresse. Wo kommt der denn jetzt her? Ich hab jetzt übrigens auch geändert, dass man sich jetzt gedrückt halten muss. Ach du Scheiße. Herausforderung abgeschlossen. Watt denn? Ich hab gar nichts gemacht. Komm, geh mal da nach. Oh, das ist ein teammate, okay. Oh, das ist ein teammate, okay. Ist ihn schon totgeschossen? Ich trug da aber auch so böse. Der kommt nicht hoch, ne? Ne, aber da kommt ein Titan. Der kommt nicht nur ein Titan. Hau drauf, Kollege, hau drauf. Oh Gott, ich hab Crane, Titan einbrüche und ich bin tot. Ach, der hat sich selber gesprengt. Oder der war totgewalt, keine Ahnung. Ne, wenn du unter diesen Titan, wenn du da rausspringst, dann explodierst. Der erste mit vier Runden siegen gewinnt. 0-3. Okay. Ja. Nach einer Runde bekommen die Insta drei Punkte. Okay, warum nicht? Ne, ich stand vor schon 0-2. Ah, ich kann nicht drauf geachtet, ja. Wird ne laufende Runde sein, wo wir dazu joinen. Ja. Ich find's irgendwie dumm, dass ich da vorrenne. Block mich nicht. Ja, genau. Lass mich da durch. Ja, komm, mach dein Schild weg. Alter, hauen die rein. Ist das fett. Machen die einen Schaden, Alter. Ich bin wieder fast tot. Ich bin tot. Ich hab einen richtig hart reingedrückt, aber... Ich bin jetzt immer ein bisschen weiter rausgegangen. Stufe 4. Okay, ich bin tot. Der Titan hat mich erwischt. Ich, ich, ich gleich auch. Bin fast, ja, bin doch dann. Bis ich hab mich in der Luft erwischt. Ich muss echt noch ein bisschen üben, um die Titans drauf zu jumpen. Ja. Guck dir mal das Gegner. Achso, mit 4. Guck mal. Prestige, Level 50. 4. Prestige, Level 50. Was sind denn das auch für Gegner? Für drei Leute, die low level sind. Um Statistik hier. Guck sie an. Oh, gibt da die EP. Prestige, 50. 6. Prestige, 44. 4. 8. Prestige, 50. 8. Prestige, 50. Freischaltung, Herausforderung. Bagaria. Das ist der einzige, der sich mit uns hätte. Oder der einzige, den wir als Gegner hätten akzeptieren können. Und wir stattdessen alles low level Leute im ersten Prestige. Außer einer der 50 im zweiten. Ich habe gerade einmal das Spiel ja mit den meisten Punkten in deinem Team sein bekommen. Als Fortschritt. Du hast einen Titan Team gemacht, cool. Wiederholung, 10 Runden spielen habe ich ja einen von 10. Schichtende, 10 mal aus deinem Titan aussteigen habe ich jetzt einmal von 10. Aber guck mal, ich bin nicht letzter. Halte meine Serie. Ja, und ich bin erster. Muss doch nicht ein bisschen was mit den Teams tauschen, mal ohne Scheiß. Geh mal irgendwie durchrollen und guck dir das mal an. Wo ist denn hier unser, deiner Freundin? Wer? Wer? Wer war denn in einer Party drin? Der BlackKing15? Der steht unter dir. Bei mir nicht. Auch bei mir ist er drin. Ah klar. Bei mir ist er auch drin, aber ihr zwei seid auch drin. Also wir sind alle da. Dann ist alles noch. Und hast du das Gegner-Team gesehen, das sind schon wieder die hohe Levelingen. 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 Die wir hatten wir noch gar nicht. Ne. Leveling City. Kann ich hier nicht angehen? Nein, kann ich nicht. So, ich spiele weiter mit Kamel Sacker. Ist an sich egal welche Pilot-Piloten-Ausrüstung ich nehme. Ja, nicht unbedingt. Du hast ja unter anderem auch, ähm, kannst du dir ein extra Kit auswählen. Dass solche Sachen wie deine Raketen schneller wieder ready sind oder dein Schild mehr aushält. Ja. Aber dadurch, dass ich nichts dergleichen drinne habe. Bei mir ist das scheißegal. Oh, 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 oh. Aha. Tricky Wichser, Alter. So, hab ich nochmal kurz die Grafik leicht runtergestellt. Das ist mein eigener Mann. Wo ist der andere? Hä, wo ist der andere? Ist das der da hinten? Die sicken mich so kaputt, man. Hoch. Ähm, du bist gerade irgendwie... Das bin ich. Wer von wo denn? Hinter euch. Achso. Oh, ich bin gleich da unten. Lauf. Ah, Mist. Ja, bin auch da. Oder? Ich bin rausgesprungen. Ja, ich bin auch draußen. Runde verloren. Alle Titans sind da im Team, wurden zerstört. Ich merk schon, unser Team ist das Beste. Ja. Abgesehen davon, dass wir erstmal zwei Mann weniger sind. Alle die schwachen oder, nenn's mal die Anfänger, sind in einem Team gegen die Pros. Ist auch fair, oder nicht? Wunderbar. Ist eingefallen, dass ich gar nicht die, äh... Zweite Skill... Attacken-Ding da benutzt habe. Warum? Ich hab keine Ahnung. Feindliche Titan zerstört, Pilot erfasst ich, was? Ähm... Oh, gut, das ist gar keiner von uns. Willst du wissen? Okay, wie schon man da rauf geht, jetzt auszusaltern, das ist richtig krass. Ah, und Todgewalt. GG. Ich kann die Titan, man kann die Titan-Abwehr... ...da auch nicht benutzen. Den nehm ich aber mit. Nein, tu ich nicht, scheiße. Ah, das war auch wieder ne schlaue Taktik, der hat da seine Wolke gemacht, während ich drauf war. Oh Gott. Aber die haben auch solche Waffen, Alter, die schießen ja Granaten. Das ist ja mal mega OP, da bringt ja der scheiß Schild nix. Mhm. Nein. Diesmal laufe ich mal da lang. Also nach rechts. Kann ich kein Kill gemacht? Ja, vielleicht mal zusammenbleiben. Das ist der Herr von Vorteil. Ja, könnten wir auch machen. Wo? Ja, hier irgendwie. Oh fuck, Alter. Was machst du da? Auf die Schnauze kriegen. Ich stelle dich doch nicht so da rein. Äh. Auch so schnell aufs Maul. Wieder Half-Life. Also komm ich in die Rue. Und dies? Du musst auch deine, deine Schuh... ...attacken. Ausweicht, Teile da benutzen, ne? Ja, ja. Gerade so, dass auf eine Fälle der Auffasspüße ist. Gerade so, dass auf dem Fall ein Pilot weggefließt. Jetzt gehen wir mit dem was mal herkommen. Oh. Oh. Unser Kollege hier hätten ein bisschen Hilfe gebrauchen können. auch gott ich werde ich auf die Fresse im Tod gewollt so gut wie halbzeit nicht mehr was nach drei Ehe und es ist so ein bisschen also so ist er merkt wir haben das Geländen das ist ein ständig der Ruder wird gegen andere Anfänger hätten vielleicht was machen können aber wo Hardcore sucht diese kann es vergessen überlegen wir wie lange die schon das Spiel spielen die Kinder zu scheißen in von sich an zu ballern es ist das Schildwerk kann ich mit meiner öfter fahren von hinten an die Rand zu kommen ja ich packe mir in den Baum fest jetzt hat er auch wieder aufzuschließen das macht doch eh keinen Sinn oh fuck hinter mir ist einer ja ich krieg wieder direkt auf die Fresse so kurz weg ich habe noch ein letztes Jahr auch im Leben da Zeiten ist dauerlich ausgesprungen aber ich bin der letzte super ich versuche immer eine ganze Magazin auf die anderen Teilen zu schießen und weil ich noch her und noch her und noch her und noch her und noch kaputt du Penner ich habe ja mitgenommen oder den habe ich nicht mitgenommen wieso bin ich besser als du ja das ist schon traurig für so einen Sensitec ja du hast einen Titan halt gekillt ok gut machen wir nochmal eine Runde geht ja verdammt schnell ja eine noch und danach habe ich keinen Bock mehr auf die Scheiße das Team anguckt wie unfair das aufgebaut ist ja eine Stunde Titan vorspielen Gesamtentfernung von 25 Kilometern zurücklegen 4580 Kilometern in einem Titan zurücklegen und wenn man was passiert wenn man die Herausforderung geschafft hat bekommt man denn den Döner wenn du artig warst ah EP kriegst du dann ok gut 2 Level 3 was 4 Level 50 einer mit 44 einer mit 45 ja gut natürlich klar wenn die nur 50 sind dass die dann um 8 Titan Kills machen ne was ganz nichts gegen tun vor allem die Teams werden auch nicht irgendwie hier zusammengewürfelt oder sowas immer wieder neu ne die bleiben auch so ja gut ich meine es wäre auch irgendwo dann müssen zumindest die Partys also nicht durch jegens würfeln aber in Modern Warfare 2 hat das auch oft funktioniert dass da die ganzen Teams dann random zusammengewürfelt hat außer die Leute die in der Party sind die waren immer zusammen ist ja immer so ja und gerade von Leuten wie Respawn hätte man das erwarten können nachdem die die damaligen Programmierer waren von Modern Warfare 2 ich meine das das Spiel ist auch verdammt so aufgebaut also das sieht man auf jeden Fall im Overlay und alles das ist extrem stark daran erinnert heißt jetzt nur ein bisschen anders kann keine Treppen runterlaufen ja leck mich doch ich sehe gerade alles ich hab's gerade gesehen ich muss gerade sagen da explodieren schon wieder die ersten ja bin down ja der hat mich runtergeschubst ja der hat mich runtergeschubst der hat mich runtergeschubst bin down aber es bringt irgendwie gar nichts als normaler Mensch wenn er hier durch die Gegend rennt und auf die schießt äh die ist nicht wirklich einfach Null Damage vor allem auch sobald der Titan down ist äh bist du tot oder besser gesagt hast du die Runde verloren guck mal was die für ein Schild haben warum haben wir nicht so ein Schild allein damit geht's ja schon los die müssen das Schild gar nicht casten die können ja nebenbei noch ballern wohl hier mit dem Nahkämpfer hab ich mir jetzt eine Titan Abwehrwaffe ich hab grad einen Titan getötet ich hab einen Titan getötet als nicht Titan ja es geht auch ja es geht auch ich hab auch schon Titan getötet hab ich zwar nicht mitgekriegt aber ich hab einen getötet äh gerade aber auch nur 23 FPS warum hab ich nur so wenig FPS ich hab gerade 31 ich hab auch zumindest von ein paar Sachen die ist nicht ganz so wichtig sind müssen Qualität runtergemacht weil weil Zeiten voll doch ist schon sehr aufwendig ist was geht von hat es auch mal funktioniert mit den gleichen Einstellungen ja am Anfang war es bei mir an sich auch besser das ist mit der Zeit Stufe 5 Zeit mitgenommen und direkt daran an einem nuklearen Ausstieg bin ich verrückt das ist irgendwie auch ein bisschen mies oder? wenn man an dem nuklearen Ausstieg dann äh so schnell sterben kann oh Gott wir werden so weggeratzt ich hab ja mal ein zwei Titan getötet ja auch aber es hilft nix wenn die anderen vier oder jetzt mal in der ganzen Runde 8 kühlen das hilft dann einfach nichts jetzt nicht unbedingt nur in den Vordergrund stellen jetzt hab ich auch wieder irgendwie extrem wenig FPS ja ich werde denken es ist auch nicht gerade easy wenn dann auf einmal sonst wie Titans da rumlaufen ne ja auf keinen Fall das ist klar das ist auf jeden Fall in oh Gott was geht denn hier? ey die Runde können wir gewinnen ne ich geh down oder ich geh nicht down jetzt geh ich down hoch ich lebe was muss ich tun hast du dich von der Wand? Ruhe da unten hier habe ich noch ein Assist bekommen wo sieht man denn wer noch lebt? äh unten beide Teams haben nur noch ein Titan achso machen wir einmal down na gut ich bin ja down gegangen aber wir haben Titan Unterstützung die Jungs wirklich in Titan voll hätte ich nicht gedacht respekt jetzt bin ich gestorben scheiße boah diese Spielmodi regt mich auf oh unsere sieht aber gar nicht mehr gut aus hm kommt die Titanabwehrwaffe raus und drauf da oh 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 boah oh wie sie es ist das war das war unter den 50er er hat er zurück ist so eine Runde gewinnen Mauer und schöner wäre ganz schön aber gegen so ein Gegner Team kannst du es echt vergessen der eine ist fast down, der eine ist fast down ja hab ihn ich bin jetzt aber selber extrem low oh Gott lass mich fliehen nein geh weg Runde auf dem ja bin nun doch ok so zack da hab ich auch einen Titan Kill bring doch ab du Vollidiot ja voll alter ist das scheiße hier mal was anderes wie steigt man nochmal aus Titans aus F ne E also bei mir ist E also F vorbei ok scheiß auf jetzt wollte ich grad den auf Auto Titan machen und dann versuchen immer wieder drauf zu jumpen und die Penner so runter zu holen aber na gut das Team wurde jetzt zwar ein bisschen schwächer aber trotzdem ziemlich dark für uns ich kann jetzt eigene Piloten loadouts erstellen juhu ja das ist schon extrem wichtig ja sagt dir gut wird verbunden erstmal reden beide gleichzeitig dann redet keiner von uns ich glaub wir wollten uns gerade verabschieden kann das sein ja ich hab ihn auch verlassen brauchst du nicht ach so was ist das nächste was wir spielen das nächste das wir spielen wird Hardpoint sein ja nochmal hier angemerkt jeden Mittwoch und Sonntag noch gibt es bis wir hier alle Spielmodis durch haben einen Titanfall vielleicht kommt danach auch noch irgendwas ich weiß nicht genau ich weiß nicht genau wie viel Zeit wir ja noch haben und Ideen und was weiß ich was ich hab die Herausforderung jetzt freigeschaltet und du hast die Schlusswort ich hab die Schlusswörter na super gerade ich ich finde doch niemals die passenden Wörter äh was soll ich sagen ich werde von Glück verfolgt aber ich bin schneller in diesem Sinne machts gut bis zum nächsten Mal tchausen